Hey Leute, willkommen wieder bei Bandermeister und ja, und heute geht es um dieses schöne Paket. Ja, dieses schöne Paket kommt von einem YouTube-Kollegen namens Matty Mood. Ja, er hat mich gefragt, ob ich diesen Kanal erwähnen kann, weil er dort demnächst was machen will. Ich weiß zwar noch nicht genau was, aber wir behalten den Kanal mal im Auge und mal schauen, was denn da auf uns wartet. Ja, liebe Grüße an dich, wir haben einen kleinen Tausch nämlich gemacht. Wir haben damals schon mal irgendwie einen Tausch machen wollen, da sind wir uns aber nicht so ganz einig geworden. Und ja, jetzt sind wir uns doch einig geworden, was ich sehr cool finde, ich freue mich drauf. Und ja, um mein Paket zu öffnen, Awesome Schere. Hast du mir gerade meinen Auftritt geklaut oder was? Ja, habe ich. Böse Schere. Ja, mit dieser Schere werden wir jetzt dieses schöne Paket hier mal aufmachen. Ich werde mal schauen, wo ich das am besten öffne. Am besten hier. So. Und so. Und dann noch einmal so. Und so. Ja, also es geht, soweit ich jetzt weiß, um zwei Spiele. Und er meint, er möchte noch eine Kleinigkeit mit reinpacken, was aber kein Spiel sein soll. Also weiß ich nicht, was es ist. Ich bin ganz gespannt. Auf jeden Fall haben wir hier einen Brief. Den werden wir als erstes lesen. Da steht, lieber Ben, schön, dass wir uns nach einiger Zeit doch noch einigen konnten. Ja, finde ich auch sehr cool. Mit dem Tausch. Ich hoffe, du findest Gefallen an den Games und schenkst ihnen einen Platz in deiner Sammlung. Aber natürlich freue ich mich sehr, dass ich diese Spiele da jetzt habe. Viel Spaß und dazu kommt vielleicht noch ein Tausch. Ja, man weiß ja nie. Kann ja sein. Also schauen wir mal. Liebe Grüße, Matze aka Matimood. Be smart, be gamer. Ja, Brief wird natürlich aufgehoben. Werde ich gleich mal in die Richtung meiner Briefsammlung. Und schauen wir mal, was wir jetzt hier drin haben. Da haben wir hier einmal ein Stück Zeitung. Dann haben wir hier eins der Spiele. Dann haben wir hier noch was. Und das hier. Nochmal Papier. Und dann haben wir das letzte Spiel. Ja, das was er meinte, was er mir mit reingepackt hat. Das kleines Extra ist eine Gameboy Advance Hülle. Wo man ein Spiel reinmachen kann. Also wenn man das nur als Modul hat. Ja, sowas kann man immer gebrauchen. Ist halt auch leer und in lila. Ich habe glaube ich sogar mehr Hüllen jetzt schon hiervon als Gameboy Advance Spiele. Zumindest lose Spiele. Dadurch, dass ich halt meine ganzen Losen immer da reinmache. Und ich habe gar nicht so viele lose GWA Spiele. Da fehlen immer noch viele, die ich haben will. Und ich habe sie natürlich sowieso viel lieber in der großen Verpackung. Aber vielen Dank dafür, dass du mir das reingelegt hast. Vielleicht brauche ich sie eines Tages. Ich werde sie erstmal in meine Kiste werfen. Ja. So. Worum geht es jetzt aber hier? Jetzt haben wir hier zwei schöne Spiele. Das erste ist sogar ein Wii U Spiel. Und es heißt Scribblenauts Unlimited. Ja, das ist ja ein Spiel, welches so ein kleines Problem irgendwie durchgemacht hat. Was irgendwie in den USA oder so schon lange draußen war. Und irgendwie ein Jahr später oder so erst bei uns rausgekommen ist. Irgendwie sowas vor allemal. Was irgendwie auch sehr doof war für das Spiel, fand ich. Aber es ist immerhin überhaupt erschienen. Scribblenauts. Ich habe davon den Nintendo DS Teil, den ich aber noch nicht wirklich gespielt habe. Ich weiß aber, was es hier ist. Man läuft halt so dieser Typ hier herum. Man kann dann halt so Sachen schreiben. Weiß nicht. Ich fährt oder Hexe, was weiß ich. Und dann taucht das halt da am Spiel auf und macht irgendwas. Und in manchen Situationen brauchst du halt irgendwas, um weiterzukommen. Und musst halt versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, um irgendwas zu schaffen. Und du kannst da alles Mögliche für nehmen. Was eine ziemlich coole Sache ist. Ich freue mich, das dann auch mal auf der Wii U ausprobieren zu können. Und hier hinten steht auch drauf, es gibt einen Mehrspielermodus. Man kann einzigartige Objekte erstellen und mit Freunden tauschen. Spielspaß unbegrenzt mit Interaktionen und so weiter. Und besondere Gäste erwarten dich. Da sieht man hier so ein Mario und eine Feuerblume. Ja, bin ich echt sehr gespannt, wie das sich so auf der Wii U spielen wird. Und, ah, schade, schade, das ist aber wahrscheinlich durch ein Versandpapier. Hier ist so ein kleines Teil abgebrochen, was die CD eigentlich hält. Ja gut, wo ich jetzt eine neue Wii U-Hülle herkriege, weiß ich gerade nicht so genau. Aber, naja, schauen wir mal. Dann haben wir hier noch dieses graue Heftchen. Sogar noch Club Nintendo Codes. Sehr cool, unbenutzt. Und eine Schnellanleitung, was nur dieses Blatt hier ist. Ja, es sieht zwar von außen aus wie eine Anleitung, aber es ist nur eine Seite. Ähm, ja. Naja, was soll man dazu sagen? So, machen wir das Ganze wieder rein hier. Und, ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Freue ich mich, das zu zocken. Ich lege das erstmal hier hin. Und das zweite Spiel ist ein Nintendo 3DS Spiel, nämlich Paper Mario Sticker Star. Ja, sehr coole Sache. Das ist jetzt mein zweites Paper Mario Spiel. Ich habe jetzt den Wii-Teil und den 3DS-Teil. Ähm, mir fehlen jetzt natürlich noch der N64-Teil und der GameCube-Teil, die ich auf jeden Fall noch haben will. Die auch so mit, ich weiß, die besten Teile sein sollen. Ähm, ja, aber jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal das hier, was sehr cool ist. Ich habe zwar halt darüber gelesen, dass halt die anderen besser sind. Außer jetzt der Wii-Teil. Aber es soll trotzdem, glaube ich, nicht schlecht sein. Und, ja, was steht hier so drauf? Bekämpfe Gegner mit Stickern. Das ist hier halt neu. Löse Rätsel mit Stickern. Und, ja, irgendwie sowas. Das ist ja hier so ein Rollenspiel, sage ich mal, wo du durch die Welt da leuchst, mit den Leuten quatscht. Du kannst dich, glaube ich, leveln. Du kannst jetzt hier Sticker sammeln und so weiter. Gegen Gegner angreifen, wie so ein kleines Rollenspiel in der Mario-Welt halt. Ja, freue ich mich sehr. Ich schaue auch hier mal rein. Da haben wir hier einmal wieder dieses 3DS-Heftchen, dann nochmal 3DS-Werbung und die Anleitung, was nur dieses kleine Blättchen hier ist. Ja, auch dazu sage ich mal lieber gar nichts. Ja, so, das mache ich mal hier wieder rein, wenn das denn geht. So, dann haben wir hier noch das Modul, ist natürlich auch dabei. Bei dem anderen war natürlich die CD auch mit dabei. Ja, vielen Dank auch dafür. Ein weiteres 3DS-Spiel in meiner Sammlung. Ja, vielen Dank an dich für den Tausch. Richtig cool. Ich hoffe, du freust dich auch über das, was ich dir schicke, beziehungsweise geschickt habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, Leute. Schaut doch mal auf seinen Kanal. Mal schauen, was er da dann machen wird. Macht's gut. Bis dann. Und das war euer Ben der Meister. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.